Yo, das ist Jude. Ich denke, das brauchen wir nicht mehr, alles. Danke. So. Danke, Miri, für Feedback. Dankeschön. Ne, ich weiß es, wie ich mein Mikro zu benutzen habe, denke ich mal. Boah, Jerky, das ist boah. So, Beerenjerky, also Beeren, ja. Honig und Beeren... Äh, Quatsch, Honig und Wildschwein. Äh, Beefjerky, kennst du es? Krass. Oh ja. Oh, danke Miri, Alter. Miri, du bist schon Beste. Ja, Miri, auch danke, dass du mit mir gestern noch mal so ein bisschen gelabert hast, bevor ich losgegangen bin feiern. War übrigens sehr toll. War bestimmt grauenhaft für dich, Miri. Ich kann es verstehen. Ich brenne. Ich hab zu viel gekocht. Ah. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ah ja. Okay, jetzt funktioniert es eigentlich relativ gut. Okay. Wie viel und was macht das, wenn ich den Jerky esse? Ungefähr 50 Leben und wie viel Ausdauer? 80 hoch. Aber ich kann nicht noch alles brauen damit. Wie viel Zeug braucht man? Oh mein Gott, wie viel Honig braucht man für Suppen? Und Zeug an sich. Wir können ja noch eine zweite Station machen für Honig. Okay. Wie heißt denn das? Hast du einfach nur ein Port? Also einfach nur... Ne, ich hab einfach... Man muss einfach nur den selben Name für den... Ja, ja. Du kannst auch einfach nur eine Eins hinschreiben. Und bei dem anderen, wo du rauskommen willst, schreibst du aber auch eine Eins hin. Ich hab einfach nur... Ne, mit dem Port ist vielleicht dumm gewesen. Ne, ich hab das jetzt nämlich umplatziert. Deshalb muss ich das wissen. Beans Jam. Ich hab jetzt Marmelade gemacht. A classic tasty blend of Raspberry and Blueberries. Macht fucking viel Ausdauer auch tatsächlich. Ich hab 150 Ausdauer fast. Zu kochen bringt schon ordentlich was. Okay. Kai, wie viel Holz hast du noch? Ah ne, ich hab noch genug. Nevermind. Hast du den Chat vor dir, Jessi? Ähm... Jetzt hab ich grad nicht. Ich bin grade... Twitch backt ja gerne mal mit den Zuschauerzahlen rum. Aber ich bin grade echt... Ähm... Also... Es ist grad komisch, dass... Miri die ganze Zeit... drinnen ist im Stream. Aber sie halt einfach nicht als Zuschauer gezählt wird. Ich kann dir erzählen, woran das liegt. Wenn du das wissen möchtest. Es ist ganz, ganz spannend. Ähm... Ich guck... Spannende Sachen. Ich guck halt den Podcast Torbilos schon. Oder hör ihn seit ner ganzen Weile. Auch wenn ich im Gym bin und so. Und Rezo hat da eine Rubrik, die nennt sich Mathe-Fact. Und bei Mathe-Fact macht er manchmal Mathe und Informatik-Facts und alles mögliche. Und er hat auch einmal erklärt, wie Server eigentlich solche Zahlen denn zählen. Bei Computer machen manchmal Fehler beim Zählen. Und ganz viele Server zählen zum Beispiel Sachen simultan. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Like vergibst im Iran und ein Like in Deutschland, dann kommt das halt auf den jeweiligen Server und das wird dann an den YouTube-Haupt-Server geschickt. Aber der Haupt-Server kann immer nur eine Task gleichzeitig machen. Und dann dauert das, bis es aktualisiert. Und deshalb schwankt die Like-Server immer. Weil es kriegt alles gleichzeitig rein. Alles mögliche. Und so ist es bei Twitch wahrscheinlich auch. Die Viewer werden da von einem anderen Server gezählt und dann den Twitch-Haupt-Server geschickt. Aber wenn zum Beispiel jemand gleichzeitig noch raus und reingeht... Sagen wir so, es können Fehler passieren. Das gibt da so eine... Irgendwann wird schon stimmt. Äh... Dings. Also es hat einen bestimmten Namen. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Früher, also ich habe mal gehört bei Leuten... Ähm... Die Leute haben so erzählt... Ähm... Die Twitch, also auf Facebook rum erzählt und so... Und mir auch Privat-Kollegen an mir erzählt so... Ja... Wenn du viele Zuschauer hast, dann wird es auf 1, 2, 3, 4, 5 Leute nicht drauf ankommen. Wenn er mal falsch zählt. Wird es auch nicht. Ähm... Wenn du ein kleiner Streamer bist, dann merkt man das wirklich sehr stark. Wie sehr die Zahlen rumbuggen auf Twitch. Ähm... Aber wenn du ein großer Streamer bist, dann merkst du es halt einfach gar nicht. Ja. Weil du halt einfach deine Zuschauer auch nicht zählen kannst. Weil es auch hunderte dann am Ende sind. Aber... Ja... Für die kleinen Streamer ist es halt sehr bemerkbar. Ähm... Ähm... Es kommt halt auch einfach dann gar nicht auf die kleinen Zahlen drauf an. Die... Weil... Und die Twitch... Guck mal, das macht ihr für hunderttausende Leute. Die Twitch-Stream... Wird das ja mit gleichzeitig mitgezählt und das ist... Das ist... Das ist ultra krass, was die... Ich baue nicht weiter. Das Ding ist, wir müssen uns an dem Strand jetzt nicht aufbauen. Ich baue hier ein... Doch, also ich will die Base hier auch behalten. Ich will das hier auch behalten. Ich kann mich übrigens grad nicht... Das ist alles so geil. Ähm... Kannst du dich nicht rüberporten jetzt? Nein. Siehst du? Warum nicht? Weil ich ein... Ähm... Ich aber. Ja, ich habe einen Barren drin. Du kannst Eisenbarren nicht mit nach drüben nehmen. Ähm... Aber Holz, Holz. Ich habe nämlich Holz in meinem Inventar. Ja. Ähm... Kommst du rüber und sagst mir, wie ich bauen soll, dann fange ich schon mal an. Hm... Die Base eigentlich. Du kannst zum Beispiel dir schon mal ein eigenes Haus bauen, wenn du möchtest. Wenn wir da drüber ein richtiges Dorf haben, dann... Naja... Ich muss halt jetzt wissen. Ähm... Was ist los? Wie... Wie baue ich das jetzt auf der... Diese... Hast du Wood Floor direkt auf... Ähm... Was ich mir frei... Äh... Ne... Ich habe immer... Ich habe immer erst ein 0,5er Pole gemacht. Also ein 50 cm Pole. Dann habe ich äh... Drei Sachen gesetzt. Also da... Da oben drauf. Die... Die Zineppen miteinander. Habe ich drei Platten gesetzt. Denn noch ein Pole. Wieder drei Platten. Wood Wall. Oder was? Ich zeigst dir Wooden Pole. Ich... Ich demonstriere einfach. Was ist Paul? Was ist das? Das ist... Guck. Guck jetzt. Da ist... Du musst jetzt doch noch... Brauch nicht irgendwo hin, bitte. Warte, warte, warte. Das muss dich ein bisschen ebenen. Definitiv. Wie erkennt man wer Bot ist und wer nicht? Ähm... Wenn du jetzt in die Benutzer des Chats Liste reingehst... Also siehst du sowieso Moderatoren. Das ist ja Jessi... Scheiße. Ich muss mal kurz was gucken. Gleich kurz mal auf... Sorry. Stream Elements... Stream Elements ist ja mein Bot. Mein Chatbot. Nightbot ist auch mein Chatbot. Das sind schon mal vier Moderatoren. Ihr... Ihr nämlich. Also ihr vier. Also ihr zwei plus meine Bots. Und Benutzer. Also die Benutzer... Erstmal sieht man das an den Zuschauerzahlen. Weil da steht jetzt zwei. Ein... Einmal kannst du immer abzählen. Äh... Abziehen. Weil einmal ist immer der Streamer. Wenn jetzt gar keiner zugucken würde, würde dauerhaft ein Zuschauer dastehen. Weil ich bin das selber. Weil ich meinen Stream selber offen habe, um zu kontrollieren. Um meine Werte zu kontrollieren. Um zu gucken, wie ist meine Bitrate. Wie ist meine Internetgeschwindigkeit. Habe ich ausgelassene Frames oder sonst irgendwas. Äh... Einfach nur um den Stream zu kontrollieren. Dann werde ich als Zuschauer gezählt. Ähm... Wenn du die Benutzer im Chat reinguckst, dann sind halt diese Bots sind halt immer gleich. Die heißen fast immer gleich. Äh... Lucy Black weiß es nicht. Ich glaube Lucy Black ist wirklich ein Zuschauer. Lurx ist immer ein Bot. Ähm... Wise Bot ist auch mein Chatbot. Warum da nicht bei Moderatoren nicht mit dabei gezählt wird. Keine Ahnung. Ähm... 0ax2 ist glaube ich ein Bot. Alien Gathering ist ein Bot. Also es sind fast immer die gleichen Namen. Das sind immer die gleichen Namen und immer am Start des Streams. Und... Aber sie heißen nicht Hafner. Nein. Haha... Ein richtiger Bot schreibt doch nicht einfach so. Ne, aber die Bots die sind meistens... Also die sind immer am Anfang wenn man den Stream startet. Und ähm... Die heißen meist ganz utopische Namen, die man nicht so geben würde. Und äh... Ne, zum Beispiel wie halt... Hallo, hallo. Und zum Beispiel wie 0ax2. Äh... Ja. Oder einfach Uwe. Einfach Uwe42. Der ist immer da. Der Bot ist immer da. Und das ist keine Person. Das ist immer da. Der ist am Anfang des Streams da. Der ist die ganze Zeit beim Streamen da. Der ist immer da. Der ist auch bei vielen gleichzeitig da. Das ist ein Bot. Also das muss man einfach nur... Das muss man einfach nur... Ähm... Beobachten. Was ein Bot ist und was nicht. Ja? Ja. Man muss es nur beobachten. Anders kann man es nicht rausfinden. Hm... Wie mach ich das jetzt hier? Du kannst dir erstmal ein Haus bauen und dann... Bau ich mir eins. Wir machen hier mehrere Häuser, schätze ich mal. Aneinander knüpfen. Wir bauen zusammen. Ja, können wir ja auch. Aber ich baue halt mehrere Häuser. Lass dich nicht von dem Crafting Table zu sehr einschränken. Sobald du zwei Poles gemacht hast, reiß den... Oder zwei Flächen gemacht hast, reiß den Crafting Table ab und stell ihn da drauf. Das ist scheißegal. Du musst den nicht benutzen können, der muss einfach nur dastehen. Ach, pass dich! Oh, der fliegt ja nicht so geil weg wie letztes Mal. Ähm... Oh ja, das macht sehr Spaß. Hallo übrigens, der Hafen... Hafen? Ist richtig ausgesprochen? Ist das ein F von deinem Team? Ist das immer noch gut? Na, aber ich hab keine Lags. Der schwebt in der Luft, scheiße. Äh... Kai? Äh... Also, ich hab keine Lags. Alles cool. Was für Lags? Beim Stream, weil du ach immer noch rot. Ähm, am besten... Äh, nein, ach hab ich nicht mehr. Das hat sich stabilisiert, zum Glück. Ich geb dir mal kurz nen Tipp. Du brauchst ne Hacke. Und wenn ein Pol und... Genau... Ne, warte. Ich zeig's jetzt. Ich bin scheiße beschreiben. Ich hab auch gerade vorhin mal wieder neu angefangen machen. Das macht Spaß. Ja, das ist... Wirklich... Wirklich... Ja. Ich war gerade verwirrt. Der Chat... Äh... Über der Minimap... Geht ja gar nicht fest. Der Chat über der... Er ist halt genau da drüber. Ach so. Jaaa... Könntest du unten zur Steuerung mitziehen vielleicht? Links ist die Ausrüstung. Was ich machen könnte ist... Sekunde... Hab ich mir aber schon seit lange überlegt. Das ist genauso wie die Lebensanzeige, die ich über mir gemacht habe. Süß. Was ich machen kann ist das hier. Sekunde... Kai... Warte. Wallheim... Minimap... Jupp, das sieht man erstmal das hier. So... 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 Man sieht den Avatar gerade im Stream. So... Jaaa... Bias... Jaaa... Den Chat könnte man unten rechts hin machen, aber ich weiß nicht. nicht... Es sieht so... Das sieht... Es sieht so ungewohnt komisch aus. Der Chat... Finde ich... Es sieht immer oben relativ gut aus. Aber... Keine Sorge... Ich... Ich mach das gerade. Ihr werdet erstaunt sein. Was man alles machen kann. Mit OBS. Guck... Hast du gerade die ganze Zeit gesehen, was ich mache nebenbei? Nein... Ähm... Weil ich gerade rumbastle. Ist blau? Ist verbunden? Zwei Steine sogar. Null. So... Und dann mach ich den jetzt einfach... Ich könnte den hier direkt neben die Lebensanzeige hin stecken. Mach's doch einfach über die Steuerung nach unten rechts, man. Ich könnte natürlich auch es für euch besser machen. Habst du die gerade ausgeschnitten? Indem ich die Minimap... Ja, ich hab die ausgeschnitten. Ja, wie krass bist du denn? Das ist nichts besonderes. Ich könnte es auch so nämlich größer machen, dann habt ihr die Minimap... Oder so... So... Da bin ich gerade. Hi. Wir spielen jetzt... Valheim. Also... Ich sitze jetzt hier... Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber ich setze jetzt hier einen Piller hin. Und jetzt setze ich hier einen Piller hin. Und jetzt mach ich... Ähm... Hier das Holz... Verpiss dich! Jetzt hier verpiss dich. Ich würde dir gerade was zeigen. Und jetzt macht man hier Holz hin und tadaaa... Das Haus ist erweitert. Oh, da kommt gerade ein Gegner. Ne? Ihr seht es zwar nicht, aber da kommt ein Gegner. Ich würde dir gerade was zeigen. So. So. Ja, ein Gegner kommt. Sekunde. Ne. Alter! So. Guck mal hier. Mit den Steinen. Mein Gott, was habe ich da angestoßen? Guck jetzt. Guck jetzt. Guck jetzt. Was angestoßen ist? Wenn eine Piller in der Luft ist, ist es nicht so schlimm. Dann machst du einfach diesen hier. Das kannst du denn jederzeit auch noch anpassen, indem du es wieder so ein bisschen auslevelst. Das ist halt... Ich habe keine Hacke. Ja, dann crafte die eine. Ne. Das ist wichtig zu bauen, dass du eine Hacke hast. Ja, das mag sein, ja. Jump erst Level 15. Ich war Jump Level 20, Alter. Das Skill Drain ist massive. Jump? Ja, 19. Okay. Na, ich bin bisher auch im Spiel nicht so viel. Also so viel Jump man auch gar nicht in dem Game. So wie... Wo wünscht ihr euch eigentlich die Minimap? Mach einfach unten über die Steuerung, Mann. Unter dem Chat, oder was? So könnte ich es theoretisch machen, oder? Oder? Noch besser. Ja. Oder? Unter den Items? Ah, da sieht man das Inventory aber nicht mehr. Das lass es einfach da unter dem Chat. Mach es nicht so komplizierter Arsch. Ja, unter dem Chat tatsächlich. Wirklich. Da sieht man sonst das Inventory nicht mehr. So. Oder? Was denkt er? Können wir mal kurz zurück ins alte Haus transporten, bitte? Ja. Alles klar, dir auch viel Spaß da, Hans, ne? Hm? Komm mal kurz mit ins alte Haus die Nacht skippen. Ich brauch Tag. Ich muss sehen, was ich ebne. Kann man skippen? Ja, wenn man schläft. Wo sind die Pommes? Das Fleisch ist noch nicht fertig. Ich hätte Mayo kaufen sollen letztes Mal. Ich hab so einen Brand auf Mayo. Ja, alles klar. Geh ins Fitnessstudio, fress Mayo so rein wie Sau. Wo wird das nicht lohnen. Äh, wie Sau. Ein bisschen Mayo zu pumpst, okay. Weißt du, so lohnt sich das. Wir haben andere Träume. Wir haben schon was ganz anderes. Was? Verstand bei dir. Weiß ich nicht. So schnell kann ich nicht übersetzen, wie es weg geht. Hättest du es doch auf Englisch verlesen können. Umso mehr es, äh, umso mehr wie die nachts skippen, umso schneller geht es mit dem, mit den Wellen, ne? Das ist ja schon klar. Kai, guck, guck mal ganz kurz. Ja? Hm. Wenn, wenn der, wenn der, äh, Bihai Flair ist und du ihn anklickst, stehen einfach nur, die Bienen sind glücklich. Kannst du mal ein paar Steine mitschleppen, bitte? Ja. Mit Holz und so? Ja. Achja, wie kann es denn, es ist jetzt schon 200, ok, gut. Lass mich ran. Wut. Hast du Marmelade gemacht? Jam. Ich hab Marmelade gemacht. Ich hoffe, ich bin jetzt auch angenehm zu hören. Jessi, wie ist es bei dir? Bin ich angenehm über Discord zu hören? Ich hasse deine Stimme, aber sonst... Also nicht Hallig irgendwie oder sonst irgendwas? Ok so? Ja. Ok so. Ja? Ja? Ja, gut. Entschuldigung, wenn ich viel schniefe, es ist Pollenzeit. Ja. Und er weigert sich, Zitryzin zu schlucken. Ja. Ich will keine Chemikalien einatmen. Einatmen? Du solltest du nicht schniefen. Ein inhalieren. Bekommst du mir jetzt her und Hilfen beim Hausbau hier? Ich weiß nicht, du kannst besser in solchen Games bauen. Naja, ich wollte es dir vorhin zeigen, du hast was drauf losgebaut. Jetzt müsste ich alles wieder abreißen, darauf habe ich keinen Bock. Ich ebne mir, jetzt esse mich eine vernünftige Fläche. Ich baue doch gerade hier. Ich ebne... Ich will aber ein großes Haus hier hin bauen. Ist das noch was? Ich... Ich... Nichts kann man jetzt so perfekt machen. Und baue los, baue. Ich baue! Ich baue, ich ebne gerade. Damit ich nicht so viel Stress mit den Pillern hab. Da pissen sie. Bleiben sie stehen. Bleiben sie noch mal stehen. Bleiben sie stehen. Ich leuchte, ich krieg die mit. Mach's jetzt mal. Warte, bleiben sie stehen. Bitte reiß das wieder ab. Ja, warte. Möchtest du eine Wirkwensche an den Abreißen und eine neue bauen? Lass die einfach da. So, hier. Bitte mach jetzt. Warte. Ist der von Steine? Ja. Ja. So kann man sich künstliche Steine schaffen, lol. Aber nicht viel. Alle drei Schläge krieg ich vielleicht mal einen Stein. Naja, gut. Anyways, ich ebne jetzt weiter. Bau doch erstmal in mein Haus, damit ich irgendwie was anfangen kann. Hä, bau doch du erst mal eine Workbench. Bau doch jetzt erstmal eine Grundplatte. Nein, wir brauchen Dach und alles. Bau doch jetzt erstmal eine Grundplatte, damit ich irgendwas drauf bauen kann. Ich brauche auch Holz. Ne, warte, brauche ich nicht. Ich brauche eine Workbench. Äh, warte. Du stehst mit ziemlichem Weg momentan. Wow, kompletter. Ist doch egal. Die baue ich sowieso gleich wieder ab. Das ist eine Provisur. Chill. Hm. Ja, hier ist okay. Bitte snap vernünftig. Dankeschön. Eins. Zwei. Drei. Äh. Wunden. Toll. Was tust du? Nein. Hör auf. Bauen, weil du mir zu langsam bist. Ich lass mir einfach nur Zeit, damit es vernünftig wird. Ist auch auf der gleichen Höhe ungefähr. Ja, aber man kann das nicht zusammenbauen. Das gibt doch... Kann man. Natürlich kann man das. Ah, siehst du? Das ist komplett schräg. Ja, da ist es halt so. Oh. Oh Gott, Alter. Guck, und es ist auch nicht eine Höhe. Ja, und? Ist doch gut. Alter, ist nicht dein Ernst. Ich bin ultra picky beim Bauen. Das weißt du. Anstatt so ein bisschen naturbelassen zu bauen. Kein Haus ist perfekt. Das ist auch gut so. Gleich ist eintönig. Gleich sieht scheiße aus. Kannst du zumindest den Boden gleich halten. Und nicht einfach so drauf losbauen. Alter. Ups. So pingelig zu sein. Das heißt pingelig. Ich will einfach nur ordentlich. Warum hast du die jetzt wieder abgerissen? Weil die ja anders. Falsch rum war. Ist doch egal. Hauptsache man... Ja, gewisse, so... Badboden und so. Ja, es muss eine Ebene sein. Das ist erstmal nur, damit die da steht. Damit man überhaupt bauen kann. Aber die Werkbank soll komplett schief und krumm sein. Die wird ja nachher noch anders hingesetzt. Die Werkbank ist nur, damit man ein Areal hat, wo man Dinge setzen kann. Die kann man doch jetzt wie so noch nicht benutzen. Also hauptsache sie steht erstmal da und sie steht nicht im Weg. Wenn man hier irgendwo was bauen will und die da steht, wäre das kacke. Ja. Bau wieder mit nem Loch mit... Mit nem... So nem... Fleisch... Dingens... Ja, ja. Ab... Baue erstmal ganz kurz nichts. Jetzt muss ich hier mal kurz was... Baue irgendein anderes Haus. Baue ein Lager oder sowas. Oh, das Lager nicht... Das Lager gehört im Haus. Eins, zwei, drei... Die Betten, wo soll ich die Betten denn machen? Eins, zwei, drei... Äh... Außen... Da. So grün, 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 grün. Die Betten. Wo sollen die Betten denn? Das entscheide ich, wenn ich nen Dach drüber gesetzt habe und nen Lagerfall geplaced habe. Das heißt, jetzt kann der da schon wieder weg. Ist er weg? So. Da kommen noch Wände und alles... Die... Bitte Snap irgendwo. Danke. Oh, oh, oh. Ich kann's nicht einsehen, scheiße. Oh, oh, oh. Gut. Äh... Was denn? Was denn? Was denn? Oh, oh... Oh, oh... So... Du bist grad mit abgerissen? Ja, ohne jedenхré! Was? Du warst gar nichts aufgerissen. Hm. Eins, zwei, einer kann noch. Ups, ich... Hm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Welches Bäume? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, einer kommt noch, damit's nicht... Ich brauche Holz. Ich kann mich echt ganz kurz essen. Also in der rechten Truhe. Also in der rechten Truhe. Oh, wow. Ich kann mich nicht mit dem, das kommt weg. Ich kann mich nicht mit dem, das macht's nicht mehr. Ich kann mich nicht mit dem, das macht's nicht mehr. Was ist das? Oh, mehr kann ich gar nicht einsacken. Was ist das? 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 W tvåt? Was ist das? Wir können ja hier unser fernes wohndorf bauen und dass die dort drüben wird einfach nur eine art Lager und Teleportzeiten sind und sehr sehr kurz. Wofür Lager, wir brauchen nur das Lager hier, wir können auch keine Erde transportieren. Also ist Lager sinnlos. Das Lager muss auch da bauen, wo wir auch alt machen können. Stimmt, du könntest dich mal auf den Weg machen, um die ganzen Airzug wiederholen In dem Wagen, ja? Ja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig Ich baue halt in der Zeit, das ist auch so Ne, Arf noch Ja, ich hole gerade für dich Ich hole gerade für dich Holz Lieb, aber ich komme jetzt erst mal mit dem Holz, was ich hier habe, zurecht Ich sammle noch ein bisschen Oh, ich höre schnell diese Ärzte Was ist mit denen? Haben die Hunger oder so? Oh, oh Wie schnell das geht mit einer, mit einer Bronzehacke Alter, Alter Fuck, was macht der Baumstammler? Was passiert hier? Ja, moin Fällt euch gegenseitig Na, da ist noch so eine Art Hacke Äh, die Baumstammler Zwei Hiebe Sind die direkt schon Äh, sind die direkt schon Mit Kleinholz gemacht worden Das ist übel Krank Mit der Bronzehacke Ja, gut so Können wir uns jetzt schneller aufbauen Müssen wir auch Wenn, 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 wenn der Tag voll ist Dann gehe ich zu dir Ich staubere Dann gehe ich zu dir Ich gebe dir das Holz Und dann hole ich Und dann gehe Du portet mich rüber Und dann hole das ganze Ganze Erz Und alles, was ich mitnehmen kann In den Wagen Ich hoffe, dass ich das schaffe Soll ich lieber mitkommen Eskorte Ja, wäre auch Gut Oh, hier wachsen Bärenbüsche Oh mein Gott Traum, Jesse Hier sind Bärenbüsche Okay Direkt an der anderen Seite Vom Dorf Ähm Ich werde mehrere Häuser bauen Unser Lager wird nicht gleichzeitig Unser Ähm Ration sein Wohnhaus sein Macht er das Lager hier Hierin Von den Von den verwüsteten Häusern hier Einige sind gut noch Kannst du ja Den baue ich nicht alleine Und hier sind auch Betten Naja Kaputte Betten Kann man nicht benutzen Ja, das sieht gut aus Mit dem Feuer Warte mal Was machst du? Achso, ja Das ist erstmal Improvisorisch gemacht Wäre cool, wenn du jetzt Selbst für was Bisschen kochen konntest Oh, jetzt ist drin Dankeschön Dein Tag ist Jetzt kannst du erstmal Noch mehr Holz holen gehen Wenn Tag ist Kannst du dann anfangen Rüber zu rennen Oder du renn Ich renne jetzt rüber Du musst durch einen halben Black Forest latschen Am besten Wir machen das zusammen Die Tür ist gleich wieder bereit Ich gehe rüber Kommst du mit? Ähm Warte Ich pack noch Schnee Dinge weg Ich werde eigentlich erstmal Mittagessen essen Solange es noch warm ist Wo ist die Zeit hin gekommen? Tja, sagst du Miri Mann, Alter Die Zeit verfliegt Steine brauchen wir erstmal nicht Steine kann man eh nicht rüber porten Ja Nur das, was man nicht rüber porten kann Kann man nur die Blöcke Also nur die geschmolzenen Ohre nicht Ohre Ohr ist nicht rüber porten Ich weiß mal so wie es aussieht Da ist ein grüner 8er Weiß Wo ist der Wichser denn? Ach da Kann man die Ores mitnehmen? Kann man die Ores mitnehmen? Was mit die Ores? Also die, die, die ungeschmolzenen Sachen Kann man die porten? Ich weiß es nicht Es steht drauf Kann, kann Cannot be teleported Oder so Ich glaube die kann man mitnehmen Kohle kann man glaube ich auch mitnehmen Drops with my inner heart Geile Wien, Geile Wien Also alles jetzt reinpacken Was man nicht porten kann Na gut Was kann man denn nicht porten? Was, was Na wo steht denn das? Steht das irgendwo? Ja da steht da direkt drauf Hier zum Beispiel Kohle A lump of coal kann man mit porten Da steht immer Cannot be teleported Drauf in Muss man drüber hovern Mit der Maus eine Zeit lang Ist aber wirklich meine Frage Ob man Erze mit rüber nehmen kann Das ist dieses Teleportzeichen Jesse Da ist doch ein X Da ein Portal und X Dieses kleine Zeichen da Ja da steht auch da Wenn du mit der Maus drüber hovern Das ist Naja muss da noch nicht mal drauf Muss du nicht mal lesen Gut Also nur Erze oder Na komm wenn ich einmal Den ganzen Wagen rüberschleppe Dann mach ich noch mehr Nur Erze oder du Den Rest können wir so mitnehmen Hm Das kann man noch öffnen Ich brauche es aber Ich glaube einige Trophäen Kann man nicht noch mitnehmen Geld kannst du komplett mitnehmen Das große umziehen Das kann man alles noch nicht mitnehmen Nur Erze Sonst mitnehmen Das ist nur Erze Ja Na gut Dann gehe ich jetzt rüber Den Wagen kann man noch Generell Obwohl Ich Wenn dann packe ich auch gleich Mit Inventar Hast du einen Hammer Ja Gut Das holst du nämlich mit So was Was nehme ich noch im Inventar mit Steine Steine brauchen wir erstmal nicht Essen Das ganze Essen nehme ich mit Ich finde das Essen nur mitnehmen Wenn man sich wirklich fordert Du Du Es kann jederzeit irgendein Scheiß passieren Das weißt du auch Nimm nur das Nötigste mit Es sind überlebiger Aufabenteil meist länger als du Du kannst du essen mit Bitte nicht den Honig Alles Wo kommt Eskorte macht dein Inventar Nochmal ordentlich voll So in welche Richtung Müssen wir hin Wir müssen Dahin Also ungefähr in die Richtung Wo ich jetzt auch laufe Ja Hin und wieder müssen wir auch Resten und den Wagen Ganz machen Ja war Tage Oh Ja ist da auch Hilfe 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 Wir da Warte ich bin Warte mal Warte mal Oh man braucht eine Crafting Station Stimmt aber der Wagen ist noch relativ gut Nein ist er nicht Crafting Station Nein der Wagen ist noch gut Der ist noch fast voll Oh Oh Den nehmen wir essen für den Knitter Aber so nicht Oh auf geht's Ja piss dich Oh Kannst du nebenbei kämpfen während du den ziehst? Ja What the fuck Ich kann alles nebenbei machen Alter das war nicht gut aus Warte Warte Ich bin blauer Oh 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 Na, der Wagen ist fast Hälfte runter jetzt. Ja, jetzt aber rüber rein. Ja, der ist fast Hälfte, ist alles noch gut. Nein, das ist halt nicht gut. Am Ende passiert irgendeine Scheiße lieber besser Vorsicht als Nachsicht. Dann kommen wir erstmal ran hier. Ich bin doch gleich da. Ich bin da. Die Scheißbüsche. Dann reparieren wir. Ich brauche eine Crafting Station. Mhm. Ich musste den frei bekommen. Braucht 10 Holz. Ich habe kein Holz. Hast du Holz? Na warte, ich mache. Ich brauche 10 Holz. Ich habe kein Holz. Idiot. Nein. Was ist denn mit dem Bruder los? Verpiss dich. Wo ist der Wagen? Du stehst im Weg. Genau da kann ich den Placen. So, repariert fertig. Weiter geht's. Ich habe irgendwas Großes. Also ein Trollberry ist verdammt scheiße. Ich würde locker zurückhalten können. So ist es jetzt nicht. Ich öffne mal kurz meine Pfeiler, dass ich die starken Pfeiler im Inventar habe. Okay. Dass man Karren durch die Nacht ziehen, ey. Das ist Leben. Du bist so ein Idiot. Was geht denn hier auch nachts los? Ich muss, ich muss, ich muss wie ein Wagen denken. Denk wie der Wagen. Hast du irgendwann das Lied? Ich muss wieder Wagen denken. Lass mich in Ruhe. Auf der Heide. Ein kleines... Oh Gott, berg runter. Oh. Oh, nein, 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 nein. Der Karren, der ist nicht, der ist nicht, der ist nicht kaputt. Ich fand es gut. Hilf mal. Was sagt denn die Hell vom Karren? Warte. Oh, ist ja noch relativ. Los geht's. Oh, sieh mich. Ich wäre auch für mich dran. Okay. Oh mein Gott, du könntest ziehen. Ich könnt mit Bogen schießen, ey. Wie geil. Da geht er. Hä, was ist denn das? Ah. Hab ihn. Fahr weiter. Wie geil. Ich setz mich jetzt hin. Tschüss. Was machst du schon, ne? Ah, ich bin runter. Warte. Hat euch runtergefallen. Warte. Warte. Tschüss. Ey, fühlt sich geil an. Warte. Ah. Ah. Okay. Okay. Die Hell vom Karren. Ich muss sie checken. Okay, gut. Das ist ein Stein. Wie weißt du, ziehst du das außenrum über die Wiese? Wäre ja Zeit. Ich war gerade gegessen. Ich war gerade im Inventar. Lass mich nur. Wenn man schnell was essen muss, legt man sich das oben in die Inventarleiste, Junge. Nein. Ja, ruf. Ich hab nichts mehr in der Seite. Alter. Was? Gehst du doch all durch die kleinsten Lücken. Denk wie ein Karren geht durch die kleinsten Lücken. Hörst du so falsch auch im Auto. Weißt du, so fahr ich auch im Auto. Wie lange ist es noch? pass auf das ist ein stein fügst du auch immer extra damage zu friss nicht nebenbei alter ich stelle im workbench auch los ich gehe ab jetzt vor bei mir ist nämlich ein teil der map wo ich noch nicht war ist bei mir leichter geholfen wie der kam schon noch ist halter jetzt müssen wir aber reparieren jetzt ist hälfte genau dass man da nicht komplett drauf sitzen ist eine kofferstelle ich würde dir empfinden stehen zu bleiben ich würde sagen wenn hier eine kopper stelle ist abbauen aber eigentlich haben wir genug körper wir brauchen hin kommen wir nehmen mit was wir tragen können am ende ist wieder nacht das ist gerade tag macht keinen scheiß komm jetzt zusammen geht schneller ich habe aber keine kopperspitzhacke egal ich habe es aber bereit die 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 Oh, er kann auch nicht teleportiert werden. Scheiße. Na logischerweise ja nicht, ne. Könntest du mir ein bisschen, ähm, essen geben? Ich hab halt legit nix mitgenommen, weil ich nicht wusste, was uns passiert noch auf Reisen. Ausdauermäßiges? Ja, einmal Honig reicht. Einmal Honig, einmal Pilz. Mit den gelben. Honig hab ich nicht. Ah, hier geht's. Das ist auch so spannend, er wäre. Das hier. Du springst doch von Stelle zu Stelle. Ich carry you too much. Wo ist der Karen? Wo ist der Karen? Wo ist der fucking Karen? Es kommt davon, wenn du immer alles mitnehmen willst. Ich hab ihn gefunden. Der war doch hier irgendwo. Ich hab ihn gefunden. Da hinten. Warte. Wie die just man den? Wieder anklicken. Bitte lass ihn los. Danke. Ja, ich, äh, das ist mit Controller ein bisschen schwieriger, du Arsch. Kannst du ja jetzt aus dem Inventar gehen, wenn du was isst. Ja. 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 Oh ich bin eh lieb. Ich bin eh lieb. Ich bin eh lieb. Ich bin eh lieb. Ich bin irgendwie lieb. Ich bin wie dunkle. Ich bin, die diese Waffe. Ich bin, die ist, die sind ein Kriege. Ich bin, die sind ein washed and体制. Ich bin, die sind eine Handi. Und das ist ein Kugel. wenn wir nebeneinander stehen blauer, hinter dir wir könnten auch zusammen auf eine stelle holen, damit es schneller geht wo ist der wagen? wo hast du den hingestellt? da essen nehme ich doch wieder meinen momentan mit Mokidi mal die stelle, wo der wagen gerade steht falls wir verrecken ja, hab ich ja, hab ich die Spitzack ist kaputt nicht für den Gegner ja 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 ist das ein körperplatz? ne ok gut abgefarmt dann los jetzt ja 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 und schützen von irgendwo da oben skelette greife ich jetzt ein wildschwein an joe einfach ist lang hier ist noch mehr körper ich habe keine spitzhacke mehr warum nimmst du nicht zwei mit weil ich nur die eine habe ich würde mir keine andere machen wird ein bisschen verschwendung wer und wie denn jedes mal ecktür herauf gespür müssen dann hier hilf mir danke das geht fucking schnell mit der bronze ich habe was großes ge- nee keine sorge ich kümmere mich drum baut weiter ab von hinten noch einer irgendwo mehrere ich habe den wagen erwischt achtung hinter dir ist noch einer das mache ich der rennt weg der wagen ist eigentlich noch nicht so schlimm ja fast herauf geht es kommt er wieder an ja 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 ich glaube, das Wort Synergie ist ein zusammengesetztes Wort Synchronenergie. Professor Jesse hat gesprochen. Glauben sie das auch, Umbrachseiter Praktikant KI? Besser. Kauch mir einen Kaffee. Nein. Du hast gefeuert. Ich meine, du hast richtig gearbeitet, willst du einen Job? Sag ja. Sag ja. Nein, ich bin nicht, ich muss arbeiten, Geld verdienen, nicht brauche das Geld für meine mehr Schweinchen zu Hause. Ich carry the game alone. Okay. 43 Steine, weg mit dem Klump, Alter. Das Gute, oh nein, 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 das ist beschissen. Was sind jetzt für Probleme? Äh, man kann zum Beispiel den Enver und alles, müssen wir ja später auch noch abbauen. Das hätten wir sofort abbauen sollen jetzt. Weil wir die Materialien nicht mal mitnehmen sollen. Da kriegen wir ja auch Bronze und alles raus. Man kriegt ja 1 zu 1 Sachen raus, die man da reingesteckt hat. Ja, das ist kacke jetzt. Ja, das ist scheiße. Da ist noch ein zweiter Karte mit den ganzen Steinen und so. Die Steine können wir ja mithilquartieren. Pass auf, warte, warte. Guck mal kurz. Okay. Die Lifts falsch. Lauf hier lang. Direkt hier lang, sind wir weg vom Strand. Also hier so. Müsst du ruhend stecken? Pass ein bisschen auf, jetzt nicht, dass der noch auf den letzten Meter zerbricht. Gleich schnell. Und schleifen gleich mich hierher, wo die Workbench ist. Ja, kannst du mal eine Rampe nach oben bauen? Ja, danke. Ich weiß gar nicht, wo soll denn dein Eingang hin? Oh, du musst den Karte, den müssen wir irgendwann reinmachen. Weil wenn die Monster kommen, die können den Karte auch angreifen. Wäre gut, wenn du eine Rampe hoch umbaust. Ja, komm mit. Eine Treppe, wo man hochfahren kann. Das ist aber hier jetzt unser Wohnhaus. Eigentlich wollte ich das mehr ins Lager machen. Außerdem gehen die Monster nicht an Spieler gebaute Sachen ran. Außer die Spieler sind drin. Den habe ich auch nochmal in einem Tipp gesehen. Die sind drin. Das ist so sehr, das ist so sehr. Auf der Christiane sind mir Solo. Das war es ungefähr für mich. Das war es so glücklich, wie ich da. Ich denke, das war es so glücklich. Junge, nimm mir einen Schwanz aus dem Mund. Eine Rampe bauen. Ja, ja, beruf dich. Und wir hier nebenan wieder das Lager hinbauen? Äh, nee, das Lager mache ich dieses Mal in einem Extrahaus. Das können wir aber provisorisch, können wir in das Haus jetzt erstmal alles reinpacken. Ich esse jetzt erstmal was. Na wohl. Wo sollen Betten hinkommen? Irgendwo erstmal. Ich hoffe, ich mache das nachher anders. Ich gehe und hole den zweiten Karren mit dem ganzen Bergbankserweiterung und so. Ich muss für alle Bergbände abreißen. Und sehr vorsichtig. Oh, warte mal. Im Moment habe ich gerade nicht... Ich muss mein Inventar doch... Wieder zurück. Oh, warte mal. Oh. Namm, namm, namm. 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 Namm. Namm, namm. Namm. Namm, namm. 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 Auf den Karten-Table? Hallo? Wow, zum Abreißen baue ich ne Kulappen-Station. Wie, du reißt das große Haus schon ab, das ist das große Haus nicht. Abreißen, Kälte. Abreißen, Kälte. Abreißen, Kälte. Abreißen, Kälte. Hähä. Hehehe. Hähä. Das war's. Dann hätten wir wieder... Ah! Das war's. 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 Okay. Das war's. Und... Das war's. ... Das war's. ... 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 Ich hab kein Holz mehr. Weiß du nicht bescheiden, Hütte ab, du Arschloch. Nein. In Erinnerung. In Erinnerung. In Erinnerung. Zu sitzen ist jetzt tatsächlich ein bisschen besser als vorhin jetzt gewesen. Hast du mich gehört oder? Geh, 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 Geh. Freust du dich nicht, dass ich hier zu angenehm sitzen kann? Ja, wo ist die Seite? Fausame Mensch. Ja. So, ich komm rüber. Hast du doch den Beehive und alles abgerissen? Das kann ich nicht mitnehmen. Was? Was abgerissen? Den Beehive und alles. Was ist das? Achso, B-Bö-Biene. Ja. Nein. Ich brauche jetzt wieder Hilfe. Komplett überladen. Ich brauche jetzt wieder Hilfe. Ich brauche jetzt wieder Hilfe. Hmm. Ja, mach hier draußen Fenster oder so. Ja, hatte ich auch vor. Du brauchst nichts zu sagen, wie ich sie bauen hab, du Arschloch. Alter, wie unordentlich du alles einlagerst. Ich hab das jetzt mal reingeschmissen. Das war, wie ich mich damals gefühlt hab, als ich einen Flagerriss gemacht hab. Ach hör auf, bitte mit dem Scheiß hier. Digga, das machen ja einfach mal Skelette. Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Oh! Oh! Mhm. Gut. Ich kann nicht, ich brauch das Holz, sonst wird es doch nie fertig. Ich transportiere gerade die ganzen Items hin und her. Ich will fertig werden, dann kann ich dir auch helfen Holz sammeln, dann geht es doppelt zu schnell. Ich brauche zehnmal normales Holz. Hast du das? Sir, sie sind überladen. Die Bienenwarmen-Zeug, wo soll ich das hinstellen? Hier in dem Haus oder wohin? Können wir ja jetzt noch abreißen. Das? Ja. Missing Required? Achso, Queen Bee. Hast du noch eine Queen Bee? Äh, du hattest irgendwo noch eine. Ist zuhause aber garantiert noch eine in den Thron zu liegen. Dann lassen wir das. Was? Geh mal bitte weg. Ich hab sie ja nicht. Ich hab sie ja nicht. Ich hab sie ja nicht geschickt. Hau mal ne Truhe neben den Kochkopf oder hier generell hin. Wie lässt es mal auf? Ich hatte grün, 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 grün. Geld. Warum Geld? Warum Geld? Warum bist du drin? Warte. Grün. Ich mach das. Ich bin grün. Was? Wo? Wo? Manchmal snappt das nämlich nicht richtig im Place. Das ist... wird. Ich find schon, hätte echt mehr als Holz und Stroh zum Bauen. Aber man kriegt trotzdem eine große Ästhetik. Oh, ist das gelb? Das ist jetzt... Ah, gut. Bitte ignoriere die Leiter, ich brauch die. Ja, gut. Wie ist das interessiert mich? Das interessiert mich im Scheiß! Wie ist das denn? Ach, ich wollte... Wie ist das denn stabiler wird? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn stabiler wird? Wie ist das denn? Ja, ja. Es regnet rein... Und daran gedacht... Well... No fucking shit. Ja, das machen wir dann jetzt? Genau. Ein Dach. Ich bin gerade dabei. Da. Er hätte es gedacht. Alter, halt die Fresse. Ich dachte, war gut, ja. Der war so scheiße. Wofür? Schön, dass man wieder Bäume anpflanzen kann. Ich höre Gegner. Denen machst du platt, Junge. Ja, aber... Oh Gott. Ja, die greifen das Haus an. So, tot. Gut. Nach dem Regen können wir sowieso unser ganzes Haus reparieren. Mach den Regen tot. Ich kann nicht. Alter, das Gewitter sieht aber auch hier ringt sich nice aus. Das ist der perfekte Platz. Ich sage es dir. Das ist der perfekte Platz hier eigentlich. Halt die Fresse. das so zu einem rettener sagen weil die menschen mit der gebieter ich schätze ich schätze Ja, hier drüben gewittert sind wirklich es nicht. Ich hab dich nur verarscht. Natürlich tut es das. Ich seh den Stream, du Idiot. Das ist ja lowbob. Mäßig. Wuppiduppidus, wuppidu. Wuppiduenteet. Wuppiduenteet! Missing Crafting Station? Die ist doch eine Crafting Station. Willst du mich verarschen oder so? Komm mal schnell hin, Mann. Was ist denn los? Ja, was wohl? Nervige Pisser. Mann. Warum sagt er mir, ich brauche eine Crafting Station? Doch eine. Ja, tut mir leid, ich kann jetzt nicht. Vielleicht brauchst du eine Amboss, um das abzureißen oder so? Möglich. Ich will dringend pennen, das nervt so. Vor allem das Gewitter. Gewitter, Gewitter, Gewitter. Hast du da schon Betten aufgestellt? Wie können sie so noch nicht pennen, ohne ein Dach über den Kopf? Stimmt. Wieso dachte ich, wir pennen erst mal zu Hause? Ganz ehrlich, Autofahren war halt nie so richtig spannend für mich. Radfahren ist irgendwie lustig. Irgendwie toll. Oh nein. Nimm dir einen Hammer. Der Regen beschädigt nämlich auch alles, was nicht vom Dach geschützt ist. Das heißt, alles kriegt so einen kleinen Grundschaden, wenn es pisst. Und das nervt mich. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 отд üsttligtische ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja toll. Du platzierst, du hast echt kein Talent für Sachen platzieren, Alter Kannst du übrigens mal bitte das Haus reparieren? Ich gegenüber dir, Minecraft Preparieren wir das Haus, alles was ein bisschen grünlich ist und nicht mehr neu, das ist angedamaged, das siehst du von außen besser als von innen Nein Andere Sachen zu tun gerade Ach, erst ein großer, okay Oh Die Werbung kommt da eh noch weg. Wo mache ich den ganzen Stein hier hin? Keine Ahnung, egal. Kannst du mal bitte noch eine Truhe bauen? Du hast ja bestimmt ein normales Holz in deinem Winter. Warte, ich habe gerade irgendwas. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Ich mache hier noch Steine hin. Hier, jetzt kannst du deine Axt wieder haben. Ja, bitte. Wie der Fall der Forge jetzt ein Dach hat. Oh Leute, du hast ja schon auf Stufe 3 da. Wo geht also unser ganzes... Ich kriege meine Sachen nie aufgewertet oder irgendwas. Was denn? Was ist denn jetzt schon wieder mit dir? Ja, weißt du, du machst also, seit du hast deine Sachen teilweise schon auf Stufe 3, wofür wir so 10 Bronze brauchen. Bei was denn? Deine Crafting-Sachen da, deine Axt oder sowas? Meine Axt und Spitzhacker, habe ich extra gesagt. Das habe ich zum Wohle für uns beide gemacht. Weil in Mining-Apps tut man das auch. Erst seine Ausrüstung erhöhen, damit diese Ausrüstung schneller minen kann. Was nützt dir eine Stunde Farmen, wenn du die ganze Zeug aufrüstest? Und das gleiche Zeug in einer Stunde, wenn du auch in 5 Minuten nun mit dem verbesserten Werkzeug bekommst. Man verbessert erst das Werkzeug und dann tut man weiter Farmen. Und nicht sinnlos mit dem Low-Bob-Zeug Farmen. Ich habe dir gesagt, das ist zum Wohle für uns beide. Und ich weiß echt nicht, wo ich das ganze Gelumpe jetzt reinmachen soll. Wir haben ja gar keinen Grund mehr. Kannst du den Lock wegmachen? Ja, nee, lass den Lock mal bitte da, der ist schön da. Ich muss Sachen platzieren für die Startgegel. Eine Truhe. Ich brauche eine Truhe, ich kann nichts anderes gerade machen. Ja, warte, 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 warte. Ich muss nur Sachen platzieren für die Statik ist das Problem. Und da ist der Lock ein bisschen im Wege. Ich meine, die können wir später gerne wieder hin. Auch eine Truhe am besten. Missing Requirements, toll. Soll ich wieder kein Holz mehr. Oh. Bitte nicht alle Bäume hier wegführen. Ich bitte dich. Du machst hier die ganze schöne, alles kaputt, was man hier sieht. Du machst hier alles kahl. Du machst hier alles kahl. Da kam Holz runter. Ich wusste doch immer wieder hin. Ich bin Club yoge. So, jetzt kann ich endlich einen anderen Kauen holen. Bist du hier noch näher? Ja. Höl, Hölz und mach in den Kahn. Ja, das ist gut, du kannst... Ich nehm es einfach mit. Ich nehm aber auch so viel mit, wie ich tragen kann. Und lasst es schön auf andere Bäume immer rauf. Hinter dir. Ich hab das Kessel gehauen. Am besten dann baut Bollmann einen im Hang ab. Bist du drei, Alter. Strike. Strike. Warte. Nicht den da unten, wo du jetzt bist. Nicht den. Drei Stunden öffne ich dann erst mit den hier oben. Machen wir die Stimmen, bauen wir die immer auch schön mit ab. Ja. Ja. Wo ist der Karren? Da. Ja. 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 Okay, ich nehm. Also ich hör nur Kettenreaktion mal. Ja was passiert da? Doch, doch, du hast gerade voll viele Bäume miteinander gestellt, so wie krass. Siehst du? Da rollts. Und vor allem Birkenholz rauche ich massivst. Jetzt auf den nächsten. Loll. Achtung, oh Gott! Ich wollte gerade alles ein bisschen in den Hang runter, Vorsicht! Pass auf! Und du sagst, es ist keine Kettenreaktion. Das war vorhin keiner, hab ich gesagt. Oh Gott, pass auf! Aua! Alter, hat mir das wieder abgezogen. Das konnte ich gerade nicht beeinflussen. Wo ist der fucking Wagen? Ach ja. Wo ist der Wagen? Ja. Mit dem Fahrradfahren frühester Arbeit fühlt sich auch irgendwie... Also vorhin Fahrradfahren hat sich irgendwie ein bisschen freier auch angefühlt. Ich kann doch einfach zwei Sachen auf einmal kaputt haben, wenn du dich in der Mitte schlägst. Effizienz mit Junkern. Wie war das nochmal bei Kulver effizient lupen? Ja, genau so. Es reicht aber jetzt noch Holz. Alles gut. Äh, das reicht noch. Der Wagen ist mir nicht voll. Dann lassen wir das mit Birkenholz voll machen. Lassen wir noch mal ein bisschen nach Birken gucken. Ja. 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 Da. Ich muss das nicht rauskommen. Ich finde den Wagen nicht mehr, ach da... Ich finde den Wagen nicht mehr, ich finde den Wagen nicht mehr, ich finde den Wagen nicht mehr. Ich finde den Wagen nicht mehr, ich finde den Wagen nicht mehr, aber ich Okay. Vielen Dank. Was ist das? Bist wieder zurück? Ja, weil ich das unter Haus würde bauen. Was ist das? 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 Ich bin das? Heiko. Weißt das? Ich bin das. Oh really? Das ist eigentlich nostra. das kostet jedes haus was man was man hier beispielsweise was man hier normaler stadt oder so bauen lässt oder wo man einziehen will ich sag mal jetzt ein haus wo man einziehen wird was schon gebaut wurde und so vielleicht schon binden benutzung war für mehrere jahre oder jahrzehnt 20 jahre was hier vielleicht 100 150.000 euro kostet manchmal auch 75.000 kleines haus privatgrundstück kostet bei sylt einfach das zehnfache und madeira ist genau das gleiche ist eine urlaubsinsel kosten kleine häuser fucking viel er hat nicht das geld dafür was haben die feine als entschädigung gegeben 60.000 dafür kommt er nicht garantiert gar nicht weit nicht mal ein bisschen er schafft er nichts zu kaufen aua was ich hab nix gemacht das ist schon das zweite was du was du runter geschmissen hast digga ich hab hier oben noch meine popfiguren zu stehen und da ist gerade eine vom regal gefallen dafür kann ich doch wohl nichts die stirn stehen seit einer ewigkeit da auch einmal mitten in der nacht ist mir eine vom regal gefallen ich wusste nicht wieso das ist meistens glaube ich im sommer wenn die füße von denen so ein ganz kleines bisschen nachgeben habe ich das gefühl nein das sind geister es ist immer nur die eine das war auch schon einmal mitten in der nacht hat die fressen geister nichts mit füße war ich nichts mit sommer er hat nichts mit wärme das sind geister ist über natürlich verpistet es so kann nichts mehr erklären aber die sind doch einmal mit dem nacht untergefallen da war es so winter es war so herr siehst du geister sag ich doch also alles erklärt alles alles hinterlegt und alles bewiesen ist ein geister dann brauche ich auch keinen irgendwie high tech was 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 so kälte und sonst irgendwie geister aufspüren kann nein ich sag direkt ist ein geister ich bin die aufspürung meine schönes halber von kopffiguren oh wer der kreik so sie können geister sehen was können sie mir sagen meine oma gerade ja sie steht hinter dir was sagt sie denn sagt sie soll sich verpissen sie ist sehr enttäuscht von dir lass sie ruhen verdammte scheiße alter dauernd ihr nachtrauern da lassen sie nicht mit ruhen lass sie doch einfach gehen ja und die oma sagt schick dich ins knie lass ihn ruhen ja aber halt die fresse lass ihn gehen du wirst echt kein guter gut ich würde alle aber beschimpfen das machst du doch auch schon so dann würde es mir aber wirklich spaß machen ich könnte geld damit einnehmen wird doch einfach twitch streamer oh warte der allen ring ist er auch bettler also natürlich als twitch streamer das geht ihm da so einer ab Alter. Oh, Mist. Oh. Junge. So verrückte Momente. Und einfach ein... Ja. Ich glaube, er liebt es, Geschichten zu feiern so sehr, dass es ihm kommt. Bei ihm kommt es auch nicht in den Sinn, dass es... Alter, wie würdest du synchron sprechen wohl in Laufen sein? Richtig entusiastisch erzählen. Oh, ist das entusiastisch genug? Ja, okay. Sehr gut. Wir haben den Job. Aber das ist richtig geil. Einfach nur. Oh, lieber der Busel. Oh, Tarnisch. Lass auf Twitter nicht so viel rumstehen, das weißt du. Alter, ist irgendwas Nackiges bei mir? Ja. Na, dann geh dir doch gleich noch unter. Verpiss dich. Ja, 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 bitte. Wenn sie den Drang verspüren zu ornanieren, dann sollten sie es umgehend tun. Ich finde es immer noch bescheuert. Wenn sie den Drang verspüren, nicht ins Bett zu legen und zu ornanieren, dann sollten sie es umgehend machen. Missing Recruirement? Ich habe schon wieder kein Recruirement mehr. Wann bist du da mit dem Holstigy? Ich bin fast fertig mit dem Drang. Traum mir gleich. Du kannst mich auf der Karte sehen, du Sackfalte. Das dauert so ganz schön lange. So, wie... Okay, das ist noch okay. Piss dich. Tarnisch. Oh. Scheiße. Fucking Stein. Jesse, ich habe mich leider kurz ein bisschen gespoilert, aber das Geld ist ja dafür, was gut und ob deine Vermutung hat recht gehabt. Ich weiß, dass es Händler gibt, mein Junge. Irgendwo auf anderen Inseln gibt es Händler. Wir müssen sie finden. Deswegen brauchen wir ein Schiff. Und... Ah ja, und da habe ich mich auch gespoilert. Ich habe mich immer informiert. Wie kann man sein Gewicht höher kriegen? Weil ich glaube, das ist ein Bug, das ich auf 450 kurz machen konnte und das es wieder runtergegangen ist. Ich glaube, das war ein Bug. Eine Anzeige-Bug. Ähm, weil... Auch nur nicht nur eine Anzeige-Bug. Das hat ja auch... Ich konnte ja kurzzeitig wieder laufen und dann war ich wieder überlastet, Leute. Auf jeden Fall... Ähm, bei einem Händler kann man dann so ein Gürtel kaufen, der seine maximale Tragkapazität erhöht vom Charakter. All righty. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Also, Leute, gebt mir Props, weil... Ich... Will... Und meine... Am Tag muss ich 40 Kilometer fahren, theoretisch. Also mit dem Auto muss ich 40 Kilometer. Insgesamt, also hin und zurück, äh, jeweils sind 20 Kilometer. Der ist veganer Schlagkrieg. Gibt mir Props. Ich will ab jetzt Fahrrad fahren. Aber... Was ich in der Hände mache. Was... Nee, aber nicht weiter fahren. Was ich hätte theoretisch sogar schon vor zwei Jahren machen können, weil... Man kann so massiv Spritkosten spannen. Und das mache ich aus dem Grund größtenteils erstmal nur. Ähm, und das mache ich auch Sommer wie auch im Winter. Ähm... Ja, Alter, äh, was... Soll ich meinen Wagen kaputt machen lassen? Ja. So, und, ähm, das Ding ist, man kann sich ja heutzutage einfach die Spritkosten nicht mehr geben. Kann man einfach nicht mehr. So. Und wenn man ein Jahr lang, wenn ich, also in meinen Verhältnissen, ein Jahr lang das durchziehe, und das will ich jahrelang auch durchziehen, also... Ich glaube, wir haben heute auf der Fahrt gefahren, hin und zurück von meiner Arbeit, fast hin und wieder zurück nach Hause. Es... ging gut. Also verdammt gut, besser als ich dachte. Und... Wenn ich das ein Jahr lang mache, kann ich über 1200 Euro mindestens sparen. Mindestens. Ja, man hat dann nur, da ist es spart dann nur, weil er in die WhatsApp-Gruppe kann mit Forscher KMNS oder S hat Rinner und deshalb kriegt er ganz... Ey, was ist denn jetzt hier? Ja, auf jeden Fall mindestens 1200 im Jahr. Und, ja. Da kann man sich schon mal... da kann ich mir schon mal in meine Autoversicherung plus Stromkosten schon mal damit abbezahlen und sparen damit. Sonst kann das nicht, hier ist ein hässliches Stinken dagegen machen und er verdient kein Geld. Also ich meine... Ich hätte es vor zwei Jahren schon machen können. Dann hätte ich jetzt schon zwei, drei... Also mindestens drei... drei... Ja, mindestens 3000 Euro schon mehr auf dem Konto als ich jetzt habe. Das muss man sich mal überlegen. Ja, für diese YouTuber wie Monte und so sind 3000 Euro nicht viel. Kriegt man vielleicht einen Monat. Weniger als einen Monat zusammen. Aber für uns Normalverdiener ist es halt viel. Ey, ne, weißt du, wie viel... Also Monte hat auf seinem Konto... Und... Bleib mal stehen, 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 bleib mal stehen. Jetzt muss ich es ja noch sagen, hallo. Was ist los? Das Kart jetzt. Ich muss da ran. Ja. Weißt du, wie viel Monte... Also der hat ja ein normales Konto, was er so halt benutzt, so. Und... Ich weiß. Ein Girokonto. Also man muss... Man muss am besten ein Berufskonto haben und ein normales Konto. Ja, ja, anyway. Weißt du, wie viel Steuern er zahlen muss? Ja. 1,2 Mio. Nachträglich. Muss... Nein, generell muss er da Steuern zahlen. 1,2 Mio. Ja. Hat er selbst gesagt. Aha. Er kriegt auch kämpfende Casinos. Und allgemein auch, wenn wir mal so... Guck mal ganz kurz, wo es noch alles repariert werden muss, jetzt bitte. Äh, man... Ich hoffe, dass irgendwann ein Casinos-Streams von YouTube wie auch von Twitch irgendwann mal verboten werden. Äh, die ich hoffe, es so sehr. Das ist der... also genau, wie Transverbot es auch immer sagt. Es ist der reinste Rotz für jeden und würde auch jeden dazu verleiten. Guck mal, bitte von außen es noch repariert werden muss gleich, bitte. Nein. Die Aufgabe, lass mich. das ist mir so egal, wenn andere Leute sich keine goldene Nase mehr daran verdienen können. Ey, Leute, ey, ganz ehrlich, ey. Ihr macht dafür Geld und andere Leute müssen dafür bluten, indem sie sich in die Sucht verleiten lassen. Ich meine, diese Leute, die sich da bei Casino in die Sucht mit verleiten lassen, die können ja auch nicht aufhören. Das heißt, die sind... die sind einfach schwach. Die sind einfach metal komplett schwach. Und auch teilweise... Also, wer sich in die Sucht verleiten lässt... Von Zigaretten rede ich jetzt nicht, weil da können auch viele andere Faktoren mit eine Rolle spielen, mit Zigaretten teilweise. Aber ich rede über Casinos. Wer sich da in die Sucht verleiten lässt und da immer noch sich weiter... Ja. Die Geldsucht weiter hingeht bezüglich Casino oder Glücksspiel an sich. Er ist einfach in meine Augen gekommen. Er ist in meinen Augen einfach nur fucking dämlich. Also, dümmer geht's gar nicht. Also, wie kann man so dumm sein und wirklich... Ich hab noch nie irgendwas mit Glücksspiel angepasst, wie er noch gedacht. Was hast du so getan? Selbst als Kind dachte ich mir, ja, ist einfach fucking dumm. Wenn du was verlierst, dann denkst du, auch beim nächsten Mal gewinnst du. Verlierst du wieder. Und teilweise dachte ich mir auch als Kind, ja, ist ja eh manipuliert. Die Automaten sind eh manipuliert. Mittlerweile weiß ich, weiß ich es, dass es nicht so ist, weil die werden ja auch geprüft, dass sie doch wirklich zufallsgeneriert sind und sein müssen. Auch von der Internet-Website. Da kann jeder behaupten, was er will. Es ist so, die werden geprüft und wenn es nicht so wäre, dann müsste der Casino so ungleichlich viel Strafe zahlen. Das glaubt ihr nicht. Ähm... Kai, guck mal ganz kurz, um mal an, abseits von deinem Scheiß-Thema dazu haben. Mhm. Ich meine, guck dir das mal an, selbst der Prozess von einem Dach bauen, finde ich irgendwie toll. Das sieht toll aus. Abseits davon, kannst du mal draußen ein kleines Hütchen bauen, was wir für das Furnace-Brennen benutzen können? Natürlich, aber ich möchte erst mal hier unser Dach kurz weiter bauen, jo? Dann baue ich schon mal die Furnace und du kannst drumherum das Haus bauen, ne? Ich sehe. Das Melter... Äh... Core... 20... Dein. Ich habe eine wichtige Frage an dich. Guck mal ganz kurz. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Boah... Dein. Ja, was? Du siehst, dass ich hier, was ich gerade oben rangebaut habe. Die, äh... 45 Grad oder die 25 Grad Sachen. Also links oder rechts? Was fändest du besser? Ich würde sagen, die 45 Grad wären wo? Ach so. An den Dingern hier oben. Ich würde sagen, die 45... Äh, die tiefer sind. Also welche? 45. Naja, aber wenn du oben noch drinnen schlafen, würdest du dich die 25 Grad Dinger jetzt eigentlich lieber nehmen. Ne, mach tiefer. Das sieht wirklich besser aus. Ich glaube nicht. Ich mach da noch Drachen später und alles ran. Aber okay. Ich brauche einen Bergpensch hier draußen. Dann stell eine hin. You smell full from this swamp. Äh, let's go. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, oh, oh. Jetzt kommen die stärkeren Wellen. Oh, das ist gar nicht gut. Wir sind noch nicht fertig mit uns zu Hause. Hinter dir! Ist es irgendwann wahr? Ein Draugdorf oder so. Aua, 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 aua. Oh Gott, ich bin gleich tot. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß nicht, was mein Schiff außer gegen die. Ja, ich bin instant gestorben. Toll, weil mein Controller rumgesponnen hat. Nein, er geht ans Haus. Oh, wir müssen schlüpfen. Nein. Ah, der Teleport auch, okay. Okay, keine Panik, keine Panik. Ich hab' dir gesagt, Bauder schon mal Betten auf, warum hast du es nicht getan? Oh, mein Haus. Du hast gesagt, lass sie da, lass sie da. Ja, jetzt, danach hatte ich schon gesagt, jetzt kannst du sie mitnehmen. Wir schnell, 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 schnell. Also, wenn die jetzt unser Haus zu kloppen, wäre das scheiße. Dauert. Ich hör die einfach nur. Gut, ich geh jetzt mal ins Haus. Oh mein Gott, der war im Haus, der Wichs. Für mich. Geh, vorn raus, renn dir nach, Mann. Nein. Ja, ich muss. Ach, scheiße. Alter, Kai, ich hab hier so viele Skelette, mit denen komm ich nicht klar. Okay, der ist außerhalb des Hauses jetzt. Kai, ich hab hier grad eine ganze Welle. Ja, ich auch. Ich hab drei Skelette und Zweffen, den großen. Oh mein Gott, nicht staggern. Toll, die hab ich zum Taumeln gebracht. Warte, ich lock die mal gerade ein bisschen weiter weg. Okay. Sammle dein scheiß Zeug auf. Bist du tot? Ja. Ich lock die jetzt weg. Ich lock die jetzt weg. Ich lock die weg. Alles gut. Das wolltest du auch nochmal umziehen. Das ist kacke. Boah, was ist denn mit dir jetzt? Was wolltest du auch das Spiel spielen? Was soll das? Hä, was ist denn mit dir jetzt? Weckst du dich mal das umziehen auf? Jetzt haben wir die Zeit nicht mehr, uns zu equippen. Ja, schön. Das war aber nur ein scheiß Ort, wo wir uns hier gelassen haben. Und fertig. Sammel dein Zeug und mach, was du kannst. Equippe dich komplett. Spiel Bogen. Schütze. Keine Ahnung. Ich brauch hier Hilfe. Ich hab gesagt, es kommt was Schlimmeres als eine Trolle. Willst du mich kurz abnehmen? Warte, warte. Ja. Warte. Das ist wieder normales, ähm, normale Musik, lol. Ich krieg den Bogen nicht mehr ordentlich gespannt. Weil ich keine Ausdauer, ob es das Problem ist. Geht's bei Skelett kaputt? Willst du helfen mit dem Typen da? Geht schon. Yo. Ich hab gesagt, geht schon. Ich bin in den Weg gelaufen einfach und er hat mich direkt übergekratzelt. Jetzt musst du die weglocken. Auf jeden Fall mag der im Haus irgendwas kleines zerstört. Das ist scheiße. Weil ich nicht weiß, was ich weiß. Weil da lagen auf einmal Loks drin rum. Die kommen nur zu dem Haus, wo wir gerade sind, oder? Ja. Beim anderen Haus sind keine Gegner erschienen. Manche Gegner machen auch mal so kurz den Turn, bevor die... Ich hab das. Ich hab das. Okay Rinn und gucken, was die zerstört haben Ich hab ihn da reingekommen Haben die hier überhaupt viel kaputt gemacht? Ne, das Haus sieht eigentlich noch enttippt aus Die Treppen sind angedamaged Die hat da angegriffen Die Treppen sind scheißegal So, heile, heile Steht noch, steht noch, steht noch Wir haben eigentlich vom Haus Das Haus ist noch enttatt Aus Nebel, zu really Die Bienen sind hecky Geh, nein, nein, nein Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bei den Karren muss ich erstmal hier rausziehen Boah, ich komm nicht durch die Tür, kann das sein? Ich kann die Türen gerade nicht abbauen, aber es kann gut sein, dass wir gerade in diesem State aufbauen, die Wand, die die Dings komplett einbrüht, das ist scheiße jetzt, mittlere Teil muss weg. Oh. Ein Piller. Ganz kritisch, fahr. Mehr wollte ich nicht. Musst ja unbedingt den Kahn da reinholen, weißt du. So. So, was ich noch weiter bauen wollte, ist das hier Chor und Stein. Ich bin ein Vitalhin. Nein. uer. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich geh immer nach draußen. Ich hab was gehört. Oh, okay. 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 Hilf doch. Alles schnell wieder aufgebaut. Wo war Tin in Tannenwäldern? Aber Koppa ist auch in Tannenwäldern. Es muss Tin eigentlich in Wiesengebieten sein. Nein, gerade Tin ist so ein Dings. Okay. Naja, ist jedenfalls wieder am Koppa schmelzen hier, aber ordentlich. Wir haben fast 60 Koppa, fast. Also bald. Also jetzt haben wir momentan 52. Achtung. Ich habe Bastarde. Hm, naja. Wir müssen uns langsam mal so Schutzwände hinbauen. Kommen regelmäßig aus dem Wald gerade. Aber selbst bei dem anderen Ort, da kamen die auch langsam regelmäßig. Das ist einfach nur die Schwierigkeit. Umso länger wir überleben. Oh, ich glaube, das mache ich ja gerade mal. Schutzwände, oder? Mach das. So. Was gibt es denn für welche? Round Pole Fence. Warum? Stake Wall. Farb Stakes. Mach erstmal so eine solche Wände. Ohne. Neben Haus geht die Wände, ne? Damit sie das Haus nicht erst angreifen, sondern erst die Dinge angreifen, oder? Kannst auch eine große Mauer ziehen. Zum Beispiel. So, und dann wie ein Farrer ist. Dafür brauche ich die Werkbank. Denn stell die einfach irgendwo hin. Dann bau dir eine neue. Ich meine, auch wenn du die Werkbank abbaust, bleib dir alle stehen, wenn man gebaut hat. Also ich habe auch Fenster bei uns reingebaut. Die Fenster sind komplett unnötig, wenn sie das tun. Sehr gut. Ah. Danke. Da ist die Frage, wie ich das jetzt mache. Und jetzt den Wald abschirmen. Es gibt große Tore, die man hinbauen könnte. Also richtig große Türen. Da kommt man dann später auch mit dem Dings durch. Ach. 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 Was ist das? Rasten die ineinander ein? Ja wenn es bergauf geht nicht so mehr. Hmm, weiter geht's. aber die spawnen doch bestimmt nicht außerhalb oder obwohl wenn wir mit die spawnen je mehr von gebauten spielerstrukturen sind also die haben zb über minecraft hast ja auch 25 block spieler radios können dings nicht monstern nicht spawn und hier ist deswegen müssen wir die dann müssen wir die workbench ist stehen lassen warum so mehr workbench ist um so mehr umso mehr wellen umso mehr wellen ja je mehr workbench ist durchzustehen ist umso mehr wellen kommen das wird noch kritisch wenn du auch ein bisschen in der luft baust ist nicht so schlimm dann mache ich mit stein also wie soll ich das erklären dann raise ich die ground und wie steaks mal rum ist es ja scheißegal wie es aussieht jetzt brauche ich holz wie gefällt dir die mauer ich baue gerade selber dran die ich schnell gezogen habe es ist so ein steakball mauer das ist kackegal wenn diese ein bisschen ich mache einfach mal drauf los aussieht irgendwie immer mit geil aus zu sehen gut good ja okay okay Ah, Leute, ich bin bergauf, da braucht man Core-Wood. Core-Wood, da kannst du so einen 2-Meter-Lockpole-Gedings machen und daran hast du verschiedene Plätze, wo die Wand einrösten kann. Oh, jetzt wieder Witt. Hast du gehört? Naja, wie sieht die Wand aus? Gut. Ich würde das kaputte Dorf von unserem abtrennen. Ey, yo, wie gesagt, guck mal, Kai, komm mal mit, du müsstest bei den Bausachen auch schon mal ein bisschen umgucken, komm mal mit, guck mal. Ich bin hier bei dir, da zum Beispiel hier, siehst du, kommt man jetzt theoretisch nicht weiterbauen, aber wenn man, warte, 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 auf ein paar Placing-Probleme, wer zum Beispiel sowas hinmacht, und dann, das ist mit Core-Wood übrigens, wo sitzt die Wand, und die Wand hat nicht, wo ist die? Da unten. Da unten. Genau, da kannst du zum Beispiel da unten dran weiterbauen, aber ich weiß grad nicht, wie das snapped. Oder du machst einfach, äh, Erde hoch. So wie jetzt grade eben, so sah es nämlich geil aus, irgendwie. Na gut. Ähm, ich würde sagen, ich beschaffe uns noch mehr... hin? Ja, du das. Ja, dass wir uns ausrüsten, verbessern, ist überlebenswichtig momentan. Obwohl, warum mache ich das nicht da, da rüber? Ja, da kann ich doch bleiben. Oh, 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 oh. Ganz am Holz. Kommt da eine Truhe rein. Ja. Willst du dir regelmäßig eigentlich Honig daraus? Ja. Also ich dachte schon, dass die Bienen sehr, sehr langsam sind oder so gerade. Aber schönere Plätze für die Truhen werden schon. Ja, ich baue noch verschiedene Häuser, so ist es jetzt nicht. So. Und wir werden die Innenrichtung noch gemütlicher machen? Ne. Leukertisch. Machst du dann hier oben dann das Bett hin oder was? Ich weiß nicht. Ja. Ich brenne im Holzhaus, Lagerfeuer zerrichten, ist keine gute Idee. Oben die Betten wäre schon toll dafür. Ja, geht aber gerade nicht, weil ich mich mit dem Dach vereinen musste. Keine Zeit für irgendeine Physik scheiße. Also das da jetzt richtig hinbekommen habe. Tin, Tin, Tin. Wo ist Tin, Tin? Ich habe Tin, glaube ich. Das ist übel viel Flint. Äh, ne doch, Tin ist Graslandschaft. Ne ist es nicht, das ist Stein. Das sieht ja nur so aus wie die Reflexion. Ich nehme einfach Flint auch mit. Oder? Flint Eastwood? Kann ich Flint mitnehmen? Wenn ich siehe? Ah. Da kann ich schaden für meine Pfeile. Ich brauche wieder Steine. Was ist denn nun los? Oh, wie schlimm ist denn der Kahn eigentlich? Oh, ich muss nochmal zurück. Der Kahn braucht eine Reparatage. Das sieht echt geil aus. Wenn man so die Sachen da hochzieht, hat sie ein bisschen Kronen extra zwei. Ja, bitte sagt, wir haben noch Holz. Jetzt scheitert sie auf den letzten Meter nicht. In der Truhe. Äh. Hast du reingepackt oder was? Ja, ich habe das in der Truhe reingepackt. Und der Rauch zieht ab. Sehr schön. Ich baue uns dann später nochmal ein anderes Haus. Wirklich ein richtig schönes. Ah, da. Oh, gut. Wirklich ein richtig schönes. Alles klar, aber jetzt muss ich das so schön sein. Das war's. Tschüss. Uiuiui. Bauter Steine. Oh, Steine haben wir genug. Ja, ich baue aber erst mal die hier von dem Gelände weg, Terraform. Also, die, die in uns nur im Weg stehen würden. Es ist gleich 17 Uhr, aber ich will noch weiterspielen. So entspannt. Bisschen kennen wir ja noch, wenn du abends, also nach 18 Uhr eben dann Labo noch weitermachst. Mal gucken. Oder was? Du hast nicht zufällig einmal in der Aufnahme, ich weiß hier, wie ich sitze, Rüdiger gehalten und gekrault? Doch. Aber sollten auch nicht. Oder Patchy. Wenn nicht Patchy, Cookie. Die sollten es umgehend tun, wenn sie den Drang verspüren, ein Haus hier zu streicheln. Habe ich hier Bienen gehört? Ist hier noch eine Bienenqueen? Nimm mit, Alter. Hier ist eine, was mach ich mit einer Bienenansammlung, also in einem Haus. In einem Haus? Abbauen. Einfach abbauen, dann kriegst du das. Die ganze Zeit poisend. Ja, weil wegen dem Bienen musst du vorsichtig sein. Markieren dir die Stelle, bitte. Ich heile die ganze Zeit gegen. Jetzt weißt du, ich bin zu langsam bis zu reisen. Äh, boop. Wo ist die Steine? Ah. Hau oben, den Bienen schlock doch mal kaputt. Du haust da ja nicht drauf. Ja, ich komm ja da nicht hin. Idiot. Da dachte ich mir einfach das Grundgrößte kaputt machen. Das muss ja eigentlich alles einfallen. Oder? Ja, mir ist das. Ich glaube ich die letzte, die erste auch so gehört. Hier fällt nichts ein. Dauert, du musst ja alles weg machen. Doch, fällt ein. Okay. Habe ich Bienenqueen jetzt? Ja, hab ich. Okay. Ey, weißt du, wofür ich unsere ganzen Steine jetzt mal verschwenden werde? Ich werde die Mauer außenrum auch nochmal ein bisschen hochziehen, sodass die Monster da nicht richtig hochlaufen können dranne. Die sind immer ein bisschen stupid. Und wenn wir da dranne nicht hochlaufen können, können sie die Monster auch nicht. Das heißt, ich werde einfach Steine mit hochziehen. Die letzten paar Meter, dann gib mir das Holz aus. Vogel. Hab dich. Das Gute ist, ein Meer zu leben, hier sind relativ viele Vögel. So, und auch wenn ich zweimal daneben denke, ist das scheißegal. Ich kriege aus zwei Vogelfedern, ich kriege mal mindestens 3,20 Feile. Droh! Droh! Tein! Droh! auch nur wieder stein die findest du da nicht da kannst du noch lange suchen ach so das sind ja wieder kein tannenwald da waren nur kurzen tannenwald und dann wieder nicht wo sind denn tannenwälder weiterhin nach hier ja gut ich hätte auch hier hingehen können glaube ich aber da müsste ordentlich genug sein ein tin wächst halt am wasser von tannenwäldern du hast es meistens an gewässern oder an sehenden tannenwäldern es ist richtig viel springe mal bis das wasser mit dir ja ja Was ist das? Ich bin gerade mal mit einer Seite der Mauer fertig. Ich verarsche nicht, dass du was für der anderen schon fährst und bist dann selber ran. Nein. Nö. Ja, heute halte ich leider nicht. Man guckt nur eigentlich, dass scheiß Dark Forest. Ich bin hier schon eine Ewigkeit durch. Oh Gott, jetzt muss ich langsam mal barieren. Oh Gott. Oh Gott. Auf allem im Sommer wird es fucking erfrischend sein, wenn ich einfach mit dem Fahrrad durchrase. Ich habe mich vorhin richtig, allgemein richtig erfrischend gefühlt. Das ist schön mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das Problem ist, es gibt Leute bei mir auf Arbeit, die können es ja nicht mehr. Weil es gibt einer, der hat sich sein ganzes Leben lang schon kaputt gearbeitet. Also was heißt kaputt gearbeitet? Man kann sich theoretisch nicht kaputt arbeiten. Kann man theoretisch leider, äh, eigentlich nicht, wenn man sich seine Muskeln stärkt. Er ist noch nie in seinem Leben im Fitnessstudio gegangen, in irgendwas, oder hat irgendwie Sport großartig gemacht. Ähm, sein Fehler, seine Knie sind kaputt. Und, äh, Fahrradfahren wäre die reinste Qual in dem Sinne dann. Mit kaputten Knien. Würde nicht gehen. Kai, komm sofort zurück nach Hause. Was ist denn los? Ja, mich hat irgendwas... War nichts schon wieder rum. Nein, mich hat... Na, was ist denn los? Ich habe einen Roter getötet, wenn ich sage, komm sofort zurück nach Hause. Oh, einen Roter. Und deswegen soll ich jetzt... Die Bienenstöcke an. Die, diese Roten sind übel, die Pisser. Die Greifer hat doch mal random das Portal angegriffen. Dann ist es so... Was ist denn jetzt das Problem? Ich soll jetzt zurückkommen wegen einen Roten? Ist das jetzt dein Ernst? Ich bin... Ja, Entschuldigung, dass ich halt verreckt bin. Und wenn er die Bienenstöcke kaputt haut, dann... Ja, du pramikst sofort rum. Erledige das selber. What the fuck? Was ist denn manchmal mit dir los? Ja, aber... Ich springe nicht sofort, wenn ich Kilometer weit entfernt bin. Sonst, ja, aber nicht, wenn ich Kilometer entfernt bin. Tut mir leid, nein. Zumal, wenn die Gefahr ist, wenn hier Perma irgendein Monster spawnen und meinen Wagen kaputt machen könnten. Was sie auch tun werden. Eieieiei, so. Kann ich noch irgendwas essen jetzt? Was ist denn das hier? So, wo war jetzt der Tin, den ich vorhin gesehen habe? Oder hab ich... Ne, den hab ich doch noch nicht eingesammelt. Ah, der. Ach, hier. Ich glaube, hier ist irgendwo immer Tin. Das ist Tin. Das ist Tin. Wie neulich ist mein Wagen im Wasser? Ja. Wie neulich ist denn, der ist das? Nein. Ich habe die Gefahr? Ich habe die Gefahr. Ja. Ich warte. Überrasch. Ich habe die Gefahr. Ich habe die Gefahr. Ich habe die Gefahr. Nein, oh, trete ich doch nicht. Oh, das ist... Geh doch den Wagen um. So. Nur dahin schieben, wo er eigentlich nicht mehr runterpullern kann. So, bleibst du hier stehen? Nein, der fährt runter. Shit. Nein. Es ist einfach wie... Ich könnte kotzen. So, an einem Baum, dass er nicht runterpullern kann. Oder wie sieht's jetzt aus? Ach so. Äh, da stehen. Nein. Ich könnte mich hier irgendwo setzen. Hallo. Da geht's doch. Min. Dafür. Ich werde nicht los. Ja. Ich werde nicht los. Ich werde nicht los. Aber ich würde heißen. Ich werde mich los. Was auch noch mitnehmen. Was auch noch mitnehmen. Was auch mitnehmen. Was auch mitnehmen. Was auch mitnehmen. Wie viel sind hier rumliegt. Null. Ah ne das ist ein Stein. Nein. Das muss es aber sein. Die riesigen Bäume. Ich glaube wenn ich die fälle dann gibt es aber eine richtige Kettenreaktion. Jesse was machst du gerade? Dinge. Ja. Erzähl doch mal. Ja. 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 Ich lass den Wagen zurücklaufen le finansiert Musik machen. Nein. Ja. Muss ich ja jetzt machen. Genau. Ich muss den jetzt noch markieren den Wagen. Hab ich schon. Also ich hab mir da ein Feuer drauf gesetzt oder war was. So was mach ich jetzt? Ich hab ja nen Bogen und du hast mir Bogen gegeben und ich hab mir Pfeile gegeben. Könnte er jetzt vers... Oh Gott. Mann, der weist doch mal aus. Oh Gott. 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 Das war's. Soll ich das Dorf abweißen ruhig herum, oder nicht? Nee. Muss mal stehen. Mann, na toll, geht mir so auf den Sack. Ich muss die ganze Slalom hier laufen und berghoch und runter und klar. Ja, genau. Hüften man am Kopf. Oh, na toll. Oh nein, hier sind ja auch noch so viele von diesen scheiß Goppels. Am Kopf macht man nicht mehr sonderlich damage. Wenn ich den Bogen-Skill ist, will ich jetzt dadurch auch. Oh, na toll. Die Troll ist gleich down. Okay, down, down. So, jetzt kümmere ich mich um die andere. So. Da muss ich bald hin. Auf zum Wagen. Da ist mein Wagen. Oh, unversehrt. Wie viele Leben hat es noch? Naja, es geht. Naja, es geht nach. So, was mach ich noch alles im Wagen, also das Holz, Flasch ist glaub ich schwer, teilweise ja. Na gut. So, was mach ich noch? Hi, Erik. Ja, alles gut, so wird es ausser, dass ich morgen wieder Arbeit nehmen muss. Aber nur Montag und Dienstag. Naja, und Freitag halt auch. Aua. Haben Sie auch schon Ewigkeiten nicht mehr gehört, Erik, oder? Aber bei Elden Wink auch nochmal kurz drin. Das ist jemand, wo ich sagen kann, er ist nicht spielabhängig. Da gibt es Leute, die sind wirklich nur früher bestmatched drin und bisher sind sie seit über einem Vierteljahr nie wieder reingekommen. Oder seit einem halben Jahr, kann man eigentlich sagen. Ja, seit einem halben Jahr nicht wieder reingekommen. Treue Zuschauer sind, wenn sie bei jedem Spiel mal kurz reinschauen oder mal für eine kleine Weile. Das nennt man treue Zuschauer. Und auf die Leute bin ich stolz und dankbar. Kommen wir nur kurz. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Auch in ein paar Minuten ist, äh, ist eine schöne Unterstützung. Oh, ich hab ja auch Koppa gefunden gleich. Aber wir haben genug Koppa, ne? Egal, ich bin legit zehn Sekunden in eurem Territorium. Was mit euch? Na nicht mal. Hoppa. Gut. Musst du in meinem Clan etwas aktiver was machen. So, was, was hattest du nochmal gemacht? Weiß ich nicht, ob der das schon mal erzählt hattest oder so. Es stimmt, Erik, wenn du schon hier bist. Was war denn in Minecraft nochmal dein Haus gewesen? Kannst du uns das so ungefähr so ein bisschen beschreiben? Weil es gab halt Leute, die sind schon seit über vier, fünf Monaten nicht mehr da. Und dann dachte ich mir, ja komm, reiße das Haus ab. Aber ich muss wissen, was dein Haus war. Also ich reiße jetzt nicht viele Häuser ab. Ich reiße nur zwei. Ich habe gesagt, er baut bitte Briefkasten in eure Häuser ran, damit wir das identifizieren können mit Nick. Ich baue, ich reiße wirklich nur zwei Grundstücke ab. Wir sind hundertprozentig wissen, die sind seit über vier Monaten nicht mehr da gewesen. Und die nehmen verdammt viel von dem Krater ein. Deshalb, äh, ja. Hab nie mit dir Minecraft gespielt. Achso, hart eigentlich. CBs? Was sind CBs? CB? Kannabinoide? Hä? Hä? Boah. Oh, wenn das alles kein Tin ist. Also ganz ehrlich, ne? Ist es aber. Wollte schon sagen, baut er endlich ab. Bö, 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 bö. Wir haben gleich 90 Tin wieder. Hm. Hier. Ist das auch drin? Nee. Ja, das ist okay. Nee, 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 nee. Da sind nur erste Steine. Gut. Erik, wenn du den Drang versprichst, zu unanmieren, dann solltest du es ungehend tun. Es ist gerade eine Möwe durch unser Haus geflogen. Hey. Also wir haben so viel Wertsachen noch. Dieses Amber, was du da hast, ist halt Bernstein. Das sind halt auch noch Wertsachen. Ich will nicht. Ich wüsste, wie viele Watchpoints ich bei dir schon habe, Alter. Aua. Geiße. Das hat uns Sifiroff online gespürt. Oh. Nice. Sifiroffs haben es auch ganz hart verdient. Was ist denn jetzt hier los? Das geht nicht. Nein. Nein. Ja, geht auch so. Oh. Ich wünschte, ich hätte noch Lust auf Smash. Ich sage es dir ganz ehrlich. Aber es haben so teilweise die Toxignis, haben das kaputt, also einige andere Leute, die sich halt über neue Zuschauer beschwert haben. Ey, mach doch mal und so und ja und. Und ich habe echt versucht, und viele diskutieren, aber ich habe auch immer versucht, auch so von das Salzignis wegzukommen. Da habe ich dann hin und wieder bis dahin auch ziemlich geschafft. Aber dann gibt es wieder Leute, die nervig kämpfen und nicht aus Spaß und nur um zu gewinnen, schön das aus, schön Dinge richtig hart ausnutzen und was man eigentlich im Wettbewerb machen würde, aber die es einfach aus Spaß auch machen. Aber nur, weil ich ja streame und das Streamer müsste ja komplett fertig gemacht werden und ja, ich wünschte echt, Smash kann dich wieder spielen, weil ich war ja meistens der einzige deutsche, deutschsprachige Smash-Spieler mit dem Streamer. Aber ja, die Toxignis hat es kaputt gemacht. Die Toxignis hat es kaputt gemacht. Und da ist Minecraft schon wieder anders. Da gibt es natürlich Trawler und Leute, die versuchen irgendwie, sich irgendwie einen Mittelpunkt zu rücken vor dem Streamer. Aber das gibt es in jedem Spiel, mit dem man mit Zuschauer spielen will, würde. Aber bei Minecraft hat es das ja, wir sind eine relativ gute Truppe, muss man schon sagen. Wir sind doch eine gute Truppe. Und bei Smash war ich, weil ich das auch so hingebogen habe, war bei Smash eigentlich unsere Truppe auch relativ, naja, weniger toxisch als andere Leute, die immer wieder versucht haben zu diskutieren. Die habt ihr natürlich rausgebannt, ne, weil das ist ja ja selber, der ist ja selber mitbekommen. Aber, äh, ja, irgendwann, irgendwann hat man einfach auch kein Bock mehr auf diese dauerhafte Scheiße. Ich meine ja nicht Leute, die einfach nur neu reinkommen. Ich meine ja auch wirklich, wirklich auch dieselben. Und dieselben sind auch die, die es mir theoretisch auch mit dem Kämpfen, mit dem nervigen Kämpfen kaputt gemacht haben, die halt wirklich nur wegen Smash hier reinkommen in den Stream. nur wegen Smash. Alles, so. Er sagt mir, ich brauche Wutna, was habe ich denn im Inventar? Achso, kein Wut. Aber so ist es nun mal Kampfspielen, wo man halt gewinnen möchte, natürlich. Aber, ja, meistens habe ich auch auf Trainieren abgesehen. Jeden Kampf zu gewinnen. Und ich war ja früher auch immer besser, also wesentlich besser, da habe ich auch zwei Jahre am Stück gespielt. Auf der Wii U. Bei Smash habe ich, äh, bei Switch habe ich ja niemals so lange gespielt. Aber nun ja, es ist halt so, wie es ist. Wenn da wieder die Lust ist, auf dem Fall, das ist irgendwie so. Das kann sein, dass es mir irgendwann die Lust wieder verspürt. Das kann sein. Ne, und ich habe mir ja teilweise auch mit einem Kumpel früher, äh, auf der Wii U Smash, äh, ich habe ja zwei, drei, drei Jahre lang mit ihm zusammengespielt, trainiert und so, und Online-Koop, ne, war ja auf der Wii U, ging ja. Äh, also auf der Switch jetzt auch. Aber am Anfang glaube ich nicht, ich weiß es gerade nicht. Ähm. Ja, aber da habe ich es mir ja teilweise auch ein bisschen verspielt. Es ist überhaupt ein Wunder, dass ich das zwei, drei Monate lang im Stream gemacht habe. Aber das, ähm, ne, jahrelange, also, das, ja. Ja, ne, ist eigentlich sinnlos, was ich jetzt sagen wollen würde. Deswegen will ich es auch nicht mehr sagen, weil das wäre sinnlos. Aber, also die Meinung wäre sinnlos drum. Ähm, ja. Früher war natürlich die Toxinist auch viel schlimmer. Da muss man auch sagen, früher war die schlimmer. Im Online-Spiel war die früher auch viel viel schlimmer. Es hat, äh, Chowee, das hat sich ja mittlerweile wieder gelegt. Ich finde hier am Wasser kein Tin mehr. Und hast du irgendwas mit deiner Empfindlichkeit Höhe geschraubt? Ich höre mich dauernd doppelt. Dauerns. Ich hab mich nie verändert und das weißt du. Schreibt mal was. Hallo. Normal, also normal Lautstärke, wie du immer machst. Ja, hallo, bla bla bla. Hallo. Ja gut, wir sind ungefähr gleich auf mit der Lautstärke. Was ist denn das? Oh, eine Rota-Scheiße. Ähm, bin ich jetzt am Wagen ab? Nein, ich will am Wagen ab. Danke. Danke. Ach, der Ehrliche. Ich, äh, Eric hat mal mit uns Minecraft gespielt. Dachte ich echt. Ach, der hat auf den Sao nicht gebaut. Oh, die Königsbiene wiegt ja fast gar nichts. Oh, jetzt, ich würde jetzt eigentlich offline gehen. Nein. Ich schieb den Wagen noch zurück. Also ich finde hier einfach nichts mehr. Wenn ich im Wasser entlang laufe. Das wird mir eine Weile dauern, aber auch sowieso. Nie. Oh. 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 Jetzt stehen die... Ach ne. Warum kann ich die ganze Scheiße nicht aufladen? No room in inventory. Ach so. Das, 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 das. Nein, ich brauche den besten selber. Oh klar, du bist halt direkt hinter mir gespottet. Das habe ich gehört. Ich habe mich voll nicht gehört. Oh Gott bin ich weit weg. Oh Gott bin ich weit weg. Na, da werde ich ja viel Spaß haben zurückzukommen. Mit dem schweren Karren. Und rosa-rot auch noch. Ja, wieder mich. Jo, alles klar. Das kann ich echt grad gar nicht ertragen. Weiße. Oh Gott. Das ist mit Kahn. War noch in Ordnung, ja. Und jetzt geht es schnell. Der Kunter natürlich. Ey, wollen wir noch nach Hause. Oh, da war schon wieder dieser komische Immortal-Man. Mann. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, wo werde ich nicht kommen. Jetzt komme ich wieder nicht durch? Ist jetzt wieder euer Ernst? Ernst? Durch hier, los, so, hoppla. Verpiss dich. Weg hier aus dem scheiß Wald. Oh nein, wie soll ich da hochkommen? Komm ich nicht hoch. Noch ein riesiger Troll, nein, ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht, aber ich muss hier lang. Okay, aber obwohl der ist noch relativ weit weg, ich komme jetzt über die scheiß, über die scheiß Strauch. Och man. Oh. Immer ein Streich und festhalten. Hab ich mich gesehen? Nee. Brauchst du Trollleder? Ja. Du was dann? Nee, Sachen aufzuwerten. Ähm, mach's mit. Ich hol keinen Trollleder. Ich will keine Bronzen-Sachen. Die Sachen, die haben einen Perk, einen Schleich-Perk. Ja, weiß. Warum holst du denn keinen Trollleder? Ich mach's für dich, aber ich bin keine Trolle-Trollleder. Ja, ich mach's für dich, aber ich bin keine Trolle-Trollleder. Hm. Für die Pfeile hab ich noch zwölf. Denkst du, das reicht aus? Nee. Für mich ja, für dich nein. Für dich ja. Ich hab aber auch einen stärkeren Bogen als du. Und eine bessere Trepp-Sicherheit, dass das dann geht. Ich zieh dir mittlerweile schon ordentlich was ab. Warum ist das so schnell wie ich im Hochklettern? Wie viel hab ich jetzt noch? Sechs. Unnötlich. Spricht nicht. Wo-o-o-o-o-o. Woah. Das war's für heute. Du wirst sogar näher an unserem alten Zuhause dran beim Auslocken. Mann, diese Nervsäcke. Tschüss. Tschüss. Hi. Mein Gott. Wo war der Troll jetzt? Wo ist der Troll jetzt? Drei Pfeile. Nein, das schaffst du nicht. Niemals schaffst du das. Lass das. Lass es sein. Ja, werde ich auch nicht schaffen. Ähm, ich habe hier meinen Wagen markiert. Hier. So. Wollen wir mal hin. 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 Ich hätte jetzt zur Nachtschicht gehen müssen. Eigentlich finde ich Tagschicht relativ besser. Viel besser. Mittlerweile. Angenehmer. Irgendwie. Geh zum alten Zuhause. Das ist by the way näher dran. Nein. Trinkt mir doch nichts. Ja, da kannst du doch nicht. Ich habe ein roher Ausdruck. Da muss ich nicht so weit latschen. Ja, mann. Überall streue ich, obwohl ich nicht drüber fahren kann. Ich schaffe das noch, weil Sinn ist ziemlich wert zu bekommen. Und ich habe ziemlich lange gerade gefarmt dafür. Dann schaffe ich das auch hier so nach Hause. Nein, nicht unterfallen. Boah. Darf ich drauf zugreifen? Danke. Das einzige, was in unserer Bude gerade spawnt, sind diese kleinen Neckviecher. Und die sind okay. Die sind one hit. Aber weil die ja per Mal da spawnen, man muss ja per Mal auch zu Hause bleiben, oder? Oder spawnen die nicht mehr, wenn man dann da nicht mehr da ist? Also, theoretisch spawnen nichts mehr, wenn man was gebaut hat. Also in der Nähe von Spielern konstruiert mit diesem spawnen nicht mehr so viel. Und selbst wenn diese Klappe... Und selbst wenn diese... Und ich suche, dass da pro aller fünf oder alle zwei Minuten da immer wieder ein Monster in das Haus rankommt. Äh, es spawnen echt diese kleinen Neckdinger. Weil unser so großeste Schmiederviecher spawnen können. Ich play jetzt mal ein paar Walkbenches. Ist die Wand eigentlich mittlerweile abgeschlossen? Ja. Auch, dass ich da irgendwo mit nem Kahn durchkomme? Ich hab auch ein paar Tore. Ich hab dran gedacht. Ich hab genug pastel. Ich hab ihn noch Kahn. Wir sehen uns nicht Jesus. Ich hab ein vorbereitet. Ich hab ihn noch capability. Ich hab ihn noch nicht anges truths. Ich hab ihn noch chapeliert. Ich hab kein leichter Kahn. oln. Ich hab ihn noch vertgies, StThanks. Ich hab Schöner-Sounds. Oh mein Gott! Ich hab's gehört von hier aus. Im Glück war das nicht mehr auf meinen Ohren gewesen. What the fuck? Das ist echt Ohrenverletzung. Bis zum geht nicht mehr. Zum Glück war das Hetze nicht drauf, aber wär's drauf gewesen. Heilige Scheiß. Ich muss mir da nicht setzen, sonst krieg ich Ohrenkrebs. Ohne Schiss. Ohne Schütze. Tue ich mir noch meine Ohren kaputt machen. Es ist immer noch. Es ist immer noch. Ich bin wieder da, ja. Alter, hat mich das gerade erschreckt. Ich hatte es noch nicht mal auf den Ohren gehabt. Ich hab's schnell abgenommen. Oh, Junge, Junge, Junge. Aber irgendwas muss doch diesen Bug auslösen. Entweder ist es das Kabel, oder... Oder ich muss aufhören, das Mikrofon gleichzeitig zu benutzen. Das mache ich jetzt wirklich mal. Vielleicht hört's ja dann auf. So, nach Settings... Benutze ich das... PNP, wo ist es? Hier. Hallo? Ah, es geht. Dann höre ich mich zwar nicht mehr selber, aber... Hey. Gut. So. Und ich weiß nicht mehr, wie laut ich selber bin. Also ich kann mich nicht mehr selber einschätzen von der Lautstärke her. Wie laut ich gerade rede. Ist ein bisschen doof. Aber damit könnte ich immer ein bisschen einschätzen. Da muss ich mich eben dran umgewöhnen. Vielleicht hören wir noch einfach die Gags auf. Ich kann mal alles probieren. Jetzt siehst du, wo ich bin. Ich höre dich nicht. Weit fucking weg, habe ich gesagt. Schön, dass du aber immer mit mir redest, wenn du den Mikrofon gemütet hast. Ja, ich habe mich gerade im Ohr gekratzt, aber habe ich mich gemütet. Ich muss es jetzt nicht unbedingt mitmachen. Alter. Alter. Darf ich mal jetzt endlich nach Hause kommen? So weit weg bin ich nicht. Es geht. Ich bin jetzt nicht. Ja, pisteisch. Das war's. Hallo liebe Freunde, hier ist euer Regen-LP, sollten wir mal sagen, es regnet, tut mir leid, Facebook, du kannst nicht mehr. Ich wollte eigentlich eine halbe Stunde schon zu Hause bleiben. Jetzt sind wir schon eine halbe Stunde vorbei, sind immer noch nicht zu Hause. Das war's. Oh. 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 Mann, was für ne Scheiße! Über Stock und Steine kann man den Kahn eigentlich durchmitteln. Ich bin bald da. Alles klar. Und hier ist es ganz sicher. Wir sind noch dasselbeer. Das ist das Herz, aber keine Säte. Der könnte mich nicht mehr aufhören. Der könnte mich nicht mehr auf dem Weg machen. Ich habe einen Blumen nach mir enfrainen. Ich habe einen Blumen nach für dieses Element. Ich habe meine Riesen-Einheit. Ich habe eine Riesen-Einheit. Wir tun das, als Sie hatten. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ein Weg ich das geschafft habe, ey. Hinzu war besser als Zurückzug. Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 gar nicht nach draußen guck du arschloch aber ich will die betten oben haben junge das ist provisorisch ich muss noch alles einsortieren hier mit dem momentar raus so ein schiff naja ein boot ein kleines schiff die klinger bote waren nicht größer da saßen sechs bis sieben mann die steuerung ist schwierig am besten du lässt mich oder ich hab das gerade so dass es nicht wegschwimmen dass mich mal dass mich mal du siehst links rechts nach vorne und nach hinten ich habe es eigentlich so hingestellt dass es jetzt nicht wegschwimmt rückwärts machen ja und wenn du einfach genauso wie du das segel gehisst hast es wieder hoch nimmst oder so irgendwie komisch so schreck ich das jetzt da sind die feile ob du vorwärts oder rückwärts gerade sehe ich mach mal das segel runter weiß ich nicht mit der maustastatur man kann es irgendwie runter machen mit an die steuerung angucken hier vorne ist auch ein kleines lager mit vier plätzen aber ich habe ich check wie ich ich check aber wie das gemacht also wie dieses wie die das gemacht haben ja fahr ruhig richtig drauf es kann uns später wieder unterschieben reicht stopp stopp ich checke wie die das wie die das von uns äh wie die steuerung ist gut okay hier fiel tin ganz ehrlich ausloggen jetzt ich habe was geschafft mit dem scheiß tin habe ich jetzt echt was geschafft raus hier so und ja sie spielt jetzt gleich nochmal open world mäßig nein 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 nicht du hast morgen frei und alles ich bin fucking müde Ich schlafe gleich ein, meine Tabletten bringen mich zum Einschlafen in der Nacht. Tschüss. Bye. Musik 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 Musik